Das ist ja toll! Wow! Mann, ich fasse es nicht! Ich bin weiter! Leute, Dankeschön! Ich bin ja doch noch drin! Ich bin weiter! Ich bin jetzt im Moment auf Platz 111! Ich hab's geschafft! Ich hab's echt noch weiter geschafft! Dankeschön! Vielen Dank, Leute, für eure Unterstützung, für eure Stimmen, für eure Likes! Das ist echt lieb! Mann, das wäre so super, wenn ich in die Live-Shoes käme! Da zeige ich euch dann mal, wie so eine Abschuss-Achterbahn funktioniert! Das erkläre ich euch dann gerne! Da bin ich nämlich ganz firm drin! Ich weiß, wie das geht! Jetzt zeige ich euch erstmal zum Dankeschön mein Zimmer! Ich hab das zwar schon mal gezeigt, und zwar in der Sendung Mein Zuhause, Dein Zuhause! Hat aber wohl nicht jeder gesehen! Deswegen zeige ich es jetzt nochmal schnell euch! Ja? Ich beeile mich auch, damit das Video nicht zu lang wird oder zu lästig! So! Es will ja niemandem auf den Geist gehen! Das tue ich ja eigentlich sowieso nicht! Ich bin ja niedlich! So! Pass mal auf! Das hier! Das hier! Das hier! Das ist schon mal mein Kleiderschrank! Ähm, Moment! Ich mach mal die Tür auf! So! Da könnt ihr mal sehen! Ich hab' ne Menge Schals! Ich hab' ne Menge Zeug! Ich hab' meinen eigenen Spiegel! Wie man da sieht! Ähm, ja, das ist alles meins! Meins, 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 meins! So! Tür wieder zu! Weiter geht's! Das ist die Leiter zu meinem Bett! Hier unten! Ähm, ja, da liegt unser Kater mal ganz gern im Bett! Das ist eigentlich mein Gästebett! Naja, jetzt ist der Kater mein Gast! So, die Kamera geht jetzt mal oben in mein Bett! Das ist mein Bett! Ja, mit Wecker und allem drum und dran! Viele Fledermäuse! Wir lieben Fledermäuse! Und wenn ich gewinne, kriegt der NABU von mir Kohle für die Fledermäuse in unserer Gegend! Jawohl! Das hab' ich jetzt gerade entschlossen! Die brauchen das dringend! Wir brauchen die Fledermäuse! Die brauchen dann Geld! Die kriegen dann was! Jawohl! Ha! Mal gucken! Wie viel? Weiß ich noch nicht! Muss ich mal gucken! Ja, das werd' ich mir überlegen! So, dann haben wir hier mein Wohnzimmer sozusagen! Ich hab' ganz viel Plüschkram, wie ihr seht! Und noch einen eigenen Küchenschrank! Ach, das ist noch Fanpost! Da ist noch mein Staubsauger, mein kleiner! Ja, und ähm, ja, da muss ich ein bisschen in der Ecke aufräumen! Hier hab' ich mein eigenes Kickerchen! Hier wohne ich! Toll, wa? So! Und jetzt muss ich mal überlegen, wenn ich gewinne, wie viel der NABU bekommt für die... für den Schutz der Fledermaus! Hm! Und außerdem muss ich mir jetzt den Schlafanzug anziehen! Oh mein Gott, ich bin nackt vor die Kamera getreten! Oh weia! Oh weia! Oh weia! Oh Gott, oh Gott! Ne! Mach, mach weg! Mach das aus! Ich muss mir was anziehen! Tschüssi, Kowski! Und danke für die Unterstützung! Tschö! Oh Gott, Mama, mach das weg!